Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen FIFA 22 Hannover 96 Modus. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die letzte Partie war böse. 5 zu 1 gegen Stuttgart. Und ich kann es nur immer wieder erklären. Es geht mir nicht ums Gewinnen. Wirklich nicht. Aber die Art und Weise, wie man verliert, die macht keinen Spaß. Dieses, dass das Spiel dich einfach zu Fehlern zwingt. Ich habe keine Ahnung, warum. Und so dieses, man wählt einen Spieler aus und der rennt erstmal 2 Meter zur falschen Seite. So, hä? Der Gegner ist durch. Kannst du nichts machen. Sowas kannst du nicht verteidigen. Wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß, dass man immer mal diese Phasen in einer Saison hat, wo es dann mal so läuft. Aber trotzdem ist das nicht witzig. Macht keinen Spaß. Aber okay. Vielleicht ist auch Legende einfach noch eine Nummer zu hoch für uns. Wie gesagt, ich bin ja nun mal nicht der beste Spieler. Stillstand bei Verhandlungen. Ja, moin. Es wird immer weniger für Kaiser. Und er will einfach nirgendwo hin. Ungarn. Liebes Ungarn. Vielen, vielen Dank. Aber. Nein, danke. So, wie viel Pause haben wir danach? Das müsste gehen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. So, ich würde sagen, so gehen wir einfach wieder rein. Jo, hier ist alles noch übergreifend. Kurzer Freistoß, langer Freistoß. Den kann ja hier durchmachen. Linke Ecke. Ähm. Äh, ja. So, gehen wir rein. Schimmer, Ramuzovic, Tomala. Passt schon. Oh, ich hab nicht aufs Trikot geachtet. Aber ich glaub, wir sind dunkel, weil die rot sind, ne? Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Aber der Ball ist kette. Ich bin wie gewohnt, Wolf Fuss, zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann, werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. 1. FC Heidenheim gegen Hannover 96. Also über das Spiel wurde natürlich einiges geschrieben im Vorfeld. Ist ja klar, so eine Partie lässt niemanden kalt. Ist eine sehr interessante Begegnung, ohne Frage. Zielt einfach mal ab. Sie machen das Tor. Optimaler Start. Früh gehen Sie in Führung. Wie ging das denn? So hatten Sie sich das auch erhofft. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung dieses Treffers. Zunächst der ruhige Aufbau. Und dann kommt der Ball aufs kurze Eck. Drin ist er. Traut sich nicht jeder. Aber hier wird der Mut tatsächlich belohnt. Da hatten wir wohl Glück. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Klasse Aktion. Ball ist weg. Ist das das Tor? Was für eine Parade. Mit einem Hechtschwung kommt er an den Ball. Macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal. Er ist ein Hecht in der Klasse. Da konnten Sie nichts draus machen. Bestes Wort. Wäre gefährlich geworden. Aber gut aufgepasst. Er pfeift das Foul nicht ab. Sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht von den Parteiischen. Die Gelegenheit für die Flanke. Gefährlich. Ja, abseits angezeigt. Logisch. Da waren Sie zu überhastet. Absolut. Wenn Sie da noch einen Moment warten, dann ist niemand mehr im Abseits. So bringt der Pass natürlich herzlich wenig. Schiedsrichter lässt laufen. Fort. Die Riesenschance. Der Ball geht an den Pfosten. Niklas Dorsch. Sie können den Ball erst mal ablocken. Jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Er blockt die Hereingabe ab. Weiter geht es mit einem Einwurf. Das gibt einen Einwurf. Er holt sich vorne den Ball. Jetzt geht das schon wieder los, die Scheiße. Sieht gefährlich aus. Kein Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt ausnutzen. Sie unterstützen gut. Keine gute Flanke. Einfach zu halten. Niklas Dorsch. Gefährliche Szene. Wenn der drin ist, dann bauen Sie die Führung hier weiter aus. Undua, undua, undua. Aber Sie nutzen diese Chance eben nicht. Die Frage ist, ob sich das im weiteren Spielverlauf noch recht. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Den Ball holt er sich. Neuigkeiten zum Spiel in der Pesero Arena. Ein Tor ist gewonnen. Was genau passiert ist, erfahren wir jetzt im Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Leverkusen. Torschütze war Giovanni Reiner. Es war ein Torwartfehler, bedankt er sich natürlich. Neuer Spielstand damit 1 zu 0. 25 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank für das Update. Tolles Zuspiel. Achtung jetzt. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Meter. Schön, wie er diesen Ball ablockt. Wäre gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Kann nicht wahr sein. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Ball weiter im Spiel. Könnte durchaus gefährlich werden. Klasse Einsatz. Da ist der Schuss. Das ist noch gefährlich. Super Parade. Kann ich nicht anders sagen. Das war überragend. Flanke kommt. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Vorteil ist angezeigt. Gut vom Mundparteiischen. Er war zuletzt dran. Es gibt Ecke. Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings bei Geld. Das zu verdient, Junge. Ja, für mich geht das in Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen, aber nicht überhart. Er geht in den Strafraum. Gut, was die Abwehr da macht. Die Kopfballchance ist nicht schlecht, aber sie machen genau im richtigen Moment zu. Ja, und dann kannst du den Ball, ja, gar nicht besser aufs Tor bringen. Tim Kleindienst. Und nun ein Schuss. Da zieht er ab, aber der Torhüter hat ihn. Heute holen sie bislang einfach zu wenig Chancen raus. Und wenn man vor dem Tor so ungefährlich ist, dann kommt eben ein Rückstand dabei raus. Sie müssen zulegen. Sie können den Ball jetzt reinbringen. Oh, er hat den Ball, aber viel Platz hat er da nicht. Sie können sich befreien. Mann, Mann, Mann. Klasse Pass. Mecha. Ganz konsequent, Ball ist weg. Mecha. Sie holen sich hier den Ball. Da kommt die Flanke. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Aber er muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Tja, wo ist die Lücke? Spielt den Ball. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Das war kein Pass. What? Zur Pause steht es 1 zu 0. Ein knapper Vorspann. Den kann man machen, oder? Durchgang 2 läuft. Erst mal dazwischengegangen hier. Marcel Franke. Niklas Dorsch. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Flanke bleibt hier also ergeben. Warum macht er, warum macht er, oh, plant sich, äh, der Ball kommt hoch rein. Nicht automatisch, diesen Schneeball, also rot. Sie verlieren den Ball. Den Ball holt er gut verteidigt. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Ein guter Block hier. Ja, starker Pass. Da ist er jetzt durch. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Machen sie gut da im Aufbau. Da geht er vorbei. Wir gehen dazwischen. Meine Fresse. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Sie spielen den Ball steil, guter Heber. Das Tor, Volley genommen. Ganz starkes Teele. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Jetzt vielleicht die Flanke. Geh doch durch, Mensch. Ach, Freunde, es ist doch zum Heulen. So, Vorteil. Nach diesem Foul können sie das für sich nutzen. Er schirmt den Ball ab. Gefährlich. Das könnte die Gelegenheit geben. Und das nächste Tor. Sie setzen nach. Sie belohnen sich mit diesem blitzschnellen Doppelschlag. Schön. 2-1. Hier ist noch alles drin. Jetzt haben sie den Ball verloren. Da, habt ihr das wieder gesehen? Ich verstehe das nicht. Das Spiel will einfach, dass du verlierst. Das wird hier. Ich weiß, ich weiß, ich höre das jedes Mal. Aber es kommt mir einfach wirklich so vor, weil man spielt noch extremer. Die können plötzlich kein Ball mehr annehmen. Alles verspringt. Ecke in die Mitte. Guck mal. Was für eine Parade. Was macht der? Das ist ganz starkes Zähne. Da wissen Sie, bei wem Sie sich betrachten müssen. Ecke kommt's. Ja, Zieler. Ganz sicher. Das ist eine richtig interessante Partie. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann dieses Tor. Den Ball einfach rein. So, wir wechseln. Ähm, holen wir mal ein Bayerchen. Der hat sich als Joker immer ganz gut geschlagen. Und Green, oder? Gehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Klasse Pass. Geduldiger Aufbau. Jetzt könnte die Flanke kommen. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Meter. Guter Steilpassier. Er spielt den Ball. Wunderbarer Konter und auch das Tor war richtig gut. Rolf, was für eine Szene. Was für ein Angriff aus dem Lehrbuch. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch effizient. 3 zu 2 also. Da ist alles drin. Er hat Platz zum Flanken. Spielt den Ball. Er hält die Saison sensationell. Die Fans hoffen bei der Ecke jetzt auf den Ausgleich. Ecke kommt rein. Vielleicht die Chance. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Ernst. Da haben sie jetzt einige Optionen. Ball kommt. Da sind sie da. Guter Block. Wird das die Entscheidung? Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Er trifft die Latte. Oh. Die Chance hier. Volles Risiko. Kann das sein. Was für ein Dingelingeling. Da sehen wir es in der Wiederholung. Wie er den Ball voll erinnimmt. Mit ganz viel Mut und Power. Und das zahlt sich aus. Ein wunderschönes Tor. Ich wollte mich bei Green schon ärgern, warum er gepasst hat. Also ich habe auf passen gedrückt. Aber warum er dann auch gepasst hat. Aktuell ist den Start. 4 zu 2. Also ich habe mich halt geärgert, dass ich gedrückt habe. Einstatt Kreis X. Klasse Ball, Herr Obero. Das war natürlich ein toller Zweikampf. Da ist Platz für den Konter. Da kommt der Konter. Der Schiedsrichter entscheidet erst auf Vorteil. Aber der hat sich nicht ergeben. Also dann, klar, Freistoß. Der Ball kommt. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Erzähl Ball. Und der Pass. Super Kopfball. Der Fein. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball. Und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig. Und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Sie bekommen den Abstoß. What? What? Die letzte reguläre Spielminute läuft. Unnötiger Ballverlust. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Jetzt ist es gefährlich. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Hereingabe geht da rüber an den langen Pfosten. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Und mit diesem Schlussfilm war es das für heute. Das Spiel ist aus. Der Sieg steht damit also fest. Klack. Dieses Weiße macht meine Augen immer fertig. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Äh, Kompliment an den Gegner. Ich konzentriere mich aufs nächste Spiel. Rebianc. Kaliber begegnet einer der Besten. Wir haben unser Spiel gemacht. Danke, dass Sie bei uns waren. So. Nach langem Rumheulen haben wir dann doch endlich mal wieder gewonnen. Bester Vorlanggeber. Ernst, ne? Ja. Vorlang 9 in 11 Spielen. Dass Hannover am Ende gewinnen konnte, war vor allem der geschickten Wechselstrategie des Trainerteams zu verdanken. Schon früh wurde Bayer gebracht. Und diese Umstellung gab am Ende auch den Ausschlag zwischen den beiden Teams. Schön. So, jetzt haben wir wieder Europa League vor der Brust. Und zwar gegen Malmö. Mal sehen. Ich erhoffe mir, dass Chelsea und Roma vielleicht unentschieden spielen. Äh. Denn dann, ja, Chelsea und Rom unentschieden. Dann haben beide 8. Wenn wir gewinnen sollten, haben wir 10. Die haben 8. Dann könnte Chelsea nach einem Sieg gegen Malmö maximal auf 11 Punkte kommen. Und wir könnten, wenn wir gewinnen gegen Roma, dann auf 13 Punkte kommen. Dann wären wir Erster. Das ist sehr viel Strategie. Äh. Äh. Ja. Zahlen. Zahlenspiel. Zahlenspiel. Gut. Freunde. Schaltet morgen wieder ein. Wenn es heißt, wir spielen Hannover 96 im Modus. Gegen Malmö in der Europa League. Europa League. Oh Gott. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf. Und dann sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.